Die herrsträubenden Fälle des Philip Meloney Das Ende aller Sorgen Sein linkes Auge schaute etwas zu sehr nach links, was seinem Blick etwas Flüchtiges gab. Er schaute auf seine protzige Armbanduhr und räusperte sich. Der Mann hatte noch keine drei Worte gesagt. Mir konnte das Recht sein. Leute, die nicht viel reden, reden auch nicht lange über Honorarfragen. Sein flüchtiges Auge schaute zur Tür, der Rest zu mir. Dann endlich begann er mit seinem Vortrag. Mein Bruder ist verschwunden. Künk, Albert Künk, arbeitslos, ledig, 46 Jahre alt, 1,78 groß, athletisch. Seine Hobbys sind lesen und Fenster putzen. Leidenschaftlich hat er Fenster geputzt. Vielleicht ist er mit einem Putzlappen durchgebrannt. Mein Bruder liebt es, aus dem Fenster zu schauen. Sie verstehen, so wie früher, als es noch kein Fernsehen gab. Ihr Bruder ist verschwunden. Na und? Er ist nicht einfach verschwunden. Es muss etwas mit ihm passiert sein, garantiert. Er ruft mich sonst immer an, am Mittwoch. Aber diesen Mittwoch hat er nicht angerufen, auch nicht am Donnerstag. Vielleicht hat sein Nadel ein Leck. Wer weiß das schon? Mein Bruder ist ein sehr korrekter Mensch. Er ruft mich seit 26 Jahren immer am Mittwoch an. Er braucht das. Er ruft an, egal wo er ist und wie er sich fühlt. Es muss etwas passiert sein. Ich erreiche ihn nicht weder zu Hause noch sonst wo. Was könnte denn mit ihm passiert sein? Das müssen Sie schon selber herausfinden. Fragen Sie Frau Gubser. Sie hat ihn jahrelang betreut. Ist Ihr Bruder krank? Nein, nein. Nur ein wenig labil. Sie verstehen. Deshalb hat er auch seine Arbeitsstelle als Kellner verloren. Er hat täglich im Restaurant die Fenster geputzt. Manchmal zwischen zwei Gängen, die er hätte auftragen sollen. Aber er ist ein guter Mensch. Glauben Sie mir. Ich runzelte die Stirn und verzog meinen Mund zu einem schiefen Lächeln. Damit hatte ich nicht gerechnet. Köln gab mir die Adresse der Sozialarbeiterin und ein Foto seines Bruders. Hinter einer dicken Brille sah ich zwei vorwitzige Augen, die besser zu einem kleinen Jungen gepasst hätten. Die Sozialarbeiterin hieß Gubser. Sie bohrt in ihrer Nase, als sie mir die Tür öffnete. Kün? Tja, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ist was mit ihm? Keine Ahnung. Niemand weiß, wo er steckt. Tatsächlich. Ja, das ist aber seltsam. Oh, Mist. Oh, nicht schon wieder. Das nervt. Was nervt? Die Geräusche. Was für Geräusche? Atme ich zu laut? Nein, nein, die Geräusche in meinem Kopf. Puh, ist das laut. Mist, verdammter. Klingt wie eine Baustelle. Vielleicht werden gerade ihre Gehirnzellen saniert oder ein paar Röhren erneuert. Wahnsinnig komisch. Die Geräusche kommen und gehen. Da hilft keine Tablette. Ich bin ihnen völlig ausgeliefert. Tja, die einen haben den Mann im Ohr und die anderen Geräusche im Kopf. Wer aber weiß, wo Herr Kün steckt? Ich jedenfalls nicht. Er war in den letzten Wochen sehr in sich gekehrt. Ja, vielleicht. Nein. Nein, man soll so etwas nicht herbeireden. Wissen Sie, ich habe das schon einige Male erlebt. Menschen, denen ich über eine bestimmte Zeit helfen konnte dann aber, wollten sie plötzlich nicht mehr. Einige haben sich umgebracht. Oh, unglaublich. Jetzt singt auch noch einer. In Ihrem Kopf? Also doch eine typische Baustelle. Aber seien Sie unbesorgt, Frau Gubser. Gleich ist es 5 Uhr. Da hören die mit Arbeiten auf. Hoffentlich. Das ist nicht mehr. Ja, ich bin weiter. Kein Wentz. Ich bin weiter. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.